Wie ist das bei der Aidsberatung Mittelfranken? Wir beraten, wir bilden fort und wir bieten Präventionsveranstaltungen an. Bei uns können Sie viele Ihrer Talente einbringen. Sie können übersetzen, Sie können uns begleiten zu öffentlichen Veranstaltungen, Sie können uns helfen bei Präventionsveranstaltungen oder Sie können in einem unserer Projekte mitwirken. Mit unseren Freiwilligen haben wir schon so viel erreicht, dass es am besten ist, Sie gucken selber mal. Schauen Sie einfach mal bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook oder auf unserer Homepage. Da werden Sie viel darüber finden. Eins wollen wir Ihnen aber unbedingt erzählen. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir dieses Jahr eine Ehrenamtliche für Ihr 25-jähriges Engagement auszeichnen konnten. Und wir freuen uns besonders darüber, dass wir auch in diesem Jahr eine neue Ehrenamtliche gewinnen konnten. Wie ist das passiert? Schauen Sie selbst. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Untertitelung des ZDF, 2020